Hallo zusammen, wir grüßen euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 24.09.2023. Ihr wisst ja, wenn Sonntag ist und Jakob gepredigt hat, ist das natürlich hier das Haupthighlight und Hauptereignis, wobei der Film jetzt trotzdem auch zwei Stunden lang geht und es ist auch ein bisschen was Lustiges dabei, mit Sicherheit und Randnotizen. Zwei Stunden ist natürlich lange, das weiß ich, dann eben wieder in Etappen schauen und ja, bei VK, Bitschut, Odyssee oder Rambl und dann vielleicht bis gleich, macht's gut, tschüss.